Heute gibt es ein Video zu meinen aktuellen Fußballschuhen in meiner Größe. Welche Größe das ist, könnt ihr alle in den Kommentaren mal raten. Und ja, die werde ich jetzt nochmal so vorstellen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da gibt es doch so eine Kanalempfehlung. Deshalb bleibt unbedingt dran und fangen wir an mit dem ersten Schuh. Das ist der Mitsuno Basara 001MD. Okay, und ja, das ist ein Schuh, die Stollen lassen eher auf Rasen hinweisen. Nach eigenen Tests war es auf normalem Rasen auch besser bespielbar als auf Kunstrasen. Und jetzt ist es ja wieder so Winter und im Winter hatte ich in diesen Schuhen irgendwie immer kalte Füße. Don't ask me. Dann kommt mein zweites Paar und auch einer meiner Lieblingsschuhe, die ich je hatte. Und zwar die Puma Evo Speeds in den Farben Gelb und Pink. Die kamen ja zu EM raus und die haben zwar auch Rasenstollen, aber den kann man irgendwie trotzdem auf einem Kunstrasen sehr gut spielen. Und ja, das sind so die geilsten Schuhe, die ich bisher je hatte. Und auf jeden Fall meine Favorites. Und dann kommt, die mitgeliefert wurden, die Puma Evo Power. Ebenfalls zur EM, die hat ich auch lange an. Hier vorne sieht man das irgendwie immer so an Kunstrasen ist, dass es dann so dunkel wird das da. Da auch. Und ja auch ebenfalls ein sehr genialer Schuh, den ich jedem nur empfehlen kann, der sonst auch sehr häufig auf Kunstrasen spielt. Dann habe ich den New Balance Viscaro. Ja, auch ebenfalls ein Schuh, den man auf beiden Rasen okay gut bespielen kann. Auf Rasen etwas besser als auf Kunstrasen. Aber ja, hatte ich auch an, wie man daran wieder sieht. Und ja, bei mir persönlich war das schon ein bisschen zu eng, aber das ist ja auch Empfindenssache. Und dann kommt noch mein aktuelles Paar, was ich jetzt aber aufgegeben habe für meine große Liebe, die Evo Powers. Nicht Speeds. Und zwar sind das die... Das ist jetzt auch mein Bett. Da darf ich heute Abend noch drin schlafen. In diesem tollen, gerechten Grasbett. Und ja, das sind jetzt sozusagen der neue Colorway. Das sind sozusagen die hier in neu. Und ja, nur ein ganz bisschen anders mit den Sachen hier vorne. Auch ein Rasenschuh, äh, ein Kunstrasenschuh, den man wunderbar auf einem Rasen bespielen kann. Ebenfalls ein Evo Power und auch sehr nice Schuhe. Und dann kommen wir jetzt noch zu der Kanalempfehlung. Der Kanal ist nämlich It's Rainbow TV. Und da müsst ihr... Da müsst ihr alle vorbeigucken. Und ja, der Link ist in der Beschreibung. Klickt euch in die Beschreibung. Lasst ein Abo bei dem Kanal da. Und aktiviert die Meldung, Benachrichtigung, damit ihr auch kein Video mehr verpassen könnt. Vergesst nicht, mich auch noch zu abonnieren. Und tschö. Oh, ich hatte noch ganz vergessen. Es ist natürlich auch ein Fußballkanal, der auch viel mit Skills rumskillt und das zeigt. Und ja, wie soll es gut haben, mir dann dieses eine Video gefallen mit den Skills. Halt. Äh, und ja. Lass auf jeden Fall dein Abo da. Geht auf den Link in der Beschreibung. Und tschö. Und ja, wie soll es gut sein. Also, dass ich da nicht mehr sehe. Und ja, wie soll es gut sein können. Ich hoffe, dass ich das mal sehen kann. Vielen Dank.